Und herzlich willkommen zu einer Runde Blood & Bacon Wir haben keine Ahnung Wir haben keine Ahnung was die Scheiße ist Aber hier ist ein Farmer an die Wand genagelt Zu dem kann man sprechen Halt mal die Fresse Nö, er sagt nichts mehr Können wir anders? Hey Ich probier gleich mal aber ich muss erst die Oh was macht der? Waren wir jetzt hier? Also wir gehen einfach raus Warte hier sind doch viel mehr Dinger Wir können die Waffen nehmen Was zu reden Nein komm raus, komm raus Ich hab wieder aufgemacht So was müssen wir jetzt machen Warte, spinnt immer nicht so, wir müssen ausschwärmen Wave 1 F Wahrscheinlich Schweine Da kommt ein Weisheit 1 Die essen die Die Kürbisse Ich geh nach links Jungs Überall ist Blut Ich glaub die dürfen die Kürbisse nicht Ja, schwärmt mal aus Leute, schwärmt aus Ja wie schwärmt aus, Alter, schwärmt zurück Alter, warum fliegen die Schweineköpfe hier rum Was ist das für ein Spiel? Ah, das chased mich, obwohl es keinen Kopf hat Hinter der Hütte, hinter der Hütte Hinter der Hütte? Der Kevin vor dem Tryhard Ey, danke Henning für die Spielempfehlung Ah, das greift mich an, das beißt mich Aber dabei hat es gar keinen Kopf mehr Alter Ist doch nicht so schwierig das Game Ja warte, es ist erst die erste Wave du spürst Hey Lass deinen Wut an dem Schweinehaus und nicht an mir Leute, ich hab irgendwas aktiviert Hier ist so ein Blitz Die Kürbisse ist aktiviert Aber wir haben nicht unendlich Schuss, ne? Was, nein? Nein, ihr müsst vorsichtig sein Ich hab den Elektrozaun aktiviert, Leute Ich hab den Elektrozaun aktiviert, Leute Ich müsste die Hütte verteidigen Die Kürbisse, oder? Ich seh nichts wegen deinen scheiß Elektroschips Alter 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 Was, in den Kürbischen sind Bananen? Ne, ne, sieht anders aus, aber Munition ist da drin Alter, Lacky, du bist fast tot und Johnny Ich hab fast kein Leben mehr Scheiß hinter, was ist los bei euch? Alter, ich muss mal schauen Alter, ein Enemy noch Wo ist er? Ah, du Hurensohn Alter Okay, das ist ja easy Wie kann man sich heilen? Wir können doch nicht in den zweiten Runde schicken Aber wie kann man meine Waffe wechseln? Clear Pumpkins, steht da Was heißt das? Warte, ich muss Kutcher leiser machen Warte, mach die Pumpkins kaputt Ne, ich mein's auf meine Pistole Team Mit Rechtschläger, oder? Wir müssen die Pumpkins töten Ja, ich muss dich grad leiser machen Clear Pumpkins, steht da Nein, da sind auch die Sachen drin Ja, wenn er irgendwie ein Healthpack findet, oder so I take it Ja, same Ich hab ne Bulletbox Ja, da ist Bullion drin Du brauchst Milk? Was für Milk? Ja, das hab ich auch schon, aber Wie benutzt man das? Oh, 15 Lasst uns groupen an der Scheune, Leute Wir müssen die Pumpkins ja anscheinend nicht Nicht protecten Dann groupen wir einfach Ne, die Pumpkins, die respawnen die Pumpkins Da ist Munition drin, wie gesagt Okay, dann lasst uns groupen an der Scheune Alter, ich hab 500 Munition jetzt Alter, ich hab kein Wo seid ihr alle? Ich seh euch nicht Oh, hier ist glaub ich ein Healthpack Vier Zwei Zwei Wo seid ihr denn? Alter Alter, jetzt Bitch, meine Fische Holy shit What the fuck Alter Zerstört sie, zerstört sie, bevor sie da sind Ja, aber die kommen ja gar nicht her, die Opfer Okay, das Oh, da kam eins Hilfe 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 Die hüpfen übers Dach Nein, das sind die Köpfe, die rüberrollen Die hüpfen übers Dach Oh mein Gott Ich bin tot Oh nein Nein, ich helfe dir, Blacky Ich helfe dir, ah ich auch Ich hab die Sau Wo, wo ich komme Ich rette ihn, ich rette ihn Ich rette ihn, protect mich, protect mich Nein Nein Blacky, helf mir Ich hab ihn Ich hab ihn Die fuck Ich bin da Ich bin da Ich bin da Ich hab die Lage unter Kontrolle Ich helfe mich Nein, rette sie sich da Ich bin tot WTF 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 Was ist das Was ist das Wer lebt denn noch Ich lebe noch Ich lebe noch Ich lebe noch Ich lebe noch Nein Alter Wir haben gewonnen Easy Ja, wir kriegen das noch hin Wie schnell Aber ich lebe die Pumpkins Ey, ich hab jetzt nur noch die Piste Wo ist mein AK hin Ja, dachte ich auch gerade Ja, ich weiß nicht wie man Waffe wechseln Ey, ich werde nicht wiederbelebt Woran liegt das Ey, ich bin immer noch tot Leute Kann mich einer retten? Ich liege ja im Boden Keine Zeit Keine Zeit Ich glaube das ist ein Rips oder Ich kick die Leichenteile Aber da steht schon gleich Respawns Du kannst in Freeroom gehen Da kannst du nicht so rumfliegen Habt ihr irgendwas gedrückt zum Wiederbeleben? Nein Nein Respawns shortly Ich glaube weil ich irgendwas eingesammelt hatte vielleicht Wie kann man in den Freeroom gehen? Mit Maustaste Mit der Maustaste Mit der Maustaste Egal, Junge Hanno, Kevin und ich machen das Ja, ihr macht das Hä, ich hab ne Milch Oh lol Lecker Oh lol, ich mich übel schnell Wie hast du die getrunken? Wie hast du die getrunken? Weil die hatte ich eben auch Oh, ich stehe wieder Wir sind wieder da, Leute Ja, wir können ins Haus und kriegen wahrscheinlich ne Waffe, oder? Ne, ich hab nur Ne, ich hab meine AK Alter Yo, wenn du die Milch tippst Äh, Q Ja man, das übersteht mit Milch Wie, wie kann man die trinken? Zwei Zwei Was ist denn Kettle Iron? Ja, ich glaub du kriegst dann bessere Gruppen wir wieder an der Scheune, was wissen wir? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ja, ja Aber die spawnen immer direkt deine Ne, lass die mal Lass die mal hier zu diesem Elektrobrunnen locken Ja, ja, ja Okay Mach das die andere Seite Den müssen wir hören Gladden Bacon Profi Der weiß wie man Horden von Aber wie mach ich die nochmal an die Scheiße Wo sind die Viecher? Keine Ahnung Wie kommen sie? Wie kommen sie? Ah, das sind wenige Link, 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 link Link, link Link, link Link, link Man, für links, ich weiß, wo oben ist Juhu, das sind wie die Kackschweine, oder? Ja, das sieht nicht so hart aus gerade Ja, eigentlich Eins ist auf dem Dach, auf dem Dach Der Schwenkel ist aus Da sind einige auf dem Dach Das sind Spinnenschweine Das sind Schweinsteiger Weiber Schwinnenschweine Alter, what the fuck Ey, hier hinten haben wir so ne So ne Schweinzerstörmaschine Wopo Ne Schweine Johnny, du bist übel leise Wart, warum? Nee Ich versteh dich bei der ganzen Sache hier nicht Dann sei lauter Du bist übel leise, Junge Schrei einfach Hä, bei mir ist alles supi Du würdest mit ihnen mitzuhalten Alter, ist echt gut Mach einfach Ach, ich hab wahrscheinlich noch Stimmnormalisierungen an Ich muss kurz raus haben, Jungs Deft mich Nein Deft mich Deft mich Deft mich Jetzt geht's los Oh, jetzt bist du ein bisschen lauter Jetzt bist du ein bisschen lauter Alter Oh, ich werd angegriffen Sag einfach nichts noch Sechs noch Jungs, man kann das Ding aktivieren Ab hier rein, Junge Nice Oh, easy Mach mich mal leise, Jungs Alter, ist das leise Alter, ist das laut Alter Also ich muss sagen, das Game ist ja easy Pickups D1, D2, D3 Tut mir leid, dass das hier grad so ein bisschen chaotisch ist mit den Sounds Aber dieses Game ist auch ein bisschen Ey Jungs, seht ihr das hier, was ich sehe? Oh, ihr könnt die Kamera wechseln auf F1, F2, F3 Alter, geil Jo Oh, lol Lol Wer spielt denn mit Kamera 3, Alter? F3 ist ja richtig geil Ey, die Schweine droppen auch was, oder? Ich gönne mir nochmal ne Milch Ich spiel mit Kamera 2 jetzt Ich zock F3 Kamera 2 ist auch möglich, Alter Solo, Alter Aber hier, wir haben diese Maschine Da kann man doch garantiert Schweine irgendwie reinmachen Das ist nicht klar Oder? Glaubt ihr nicht? Guck mal hier, das Ding Warte mal, was ist das hier? Das sieht doch so aus, als könnte man da Schweine reinmachen Welches denn? Was? Schweine? Was für Schweine? Loll, warum bin ich... Wenn man die Milche fliegt, Mann Was? Was? Was geht mit dir? Komm, sprichst du so hoch? Warte, er fliegt? Oh ja! No gravity Ich gönne mir auch noch Milch, Alter Wir können hier aufs Dach rauf Jo, man kann einfach fliegen Wie macht ihr das? Ah Ich bin auf dem fucking Dach Geht los, Leute, es geht los Okay, ich aim vor dem Dach, Jungs Das ist doch das riesige Dach, alle aufs Dach Let's go, Jungs Ja, aber dann kommen die alle hier hochgesprungen Ja, und dann können wir mal gucken, wie das aussieht Ja, und dann können wir mal gucken, wie das aussieht Wie heilt man sich eigentlich? So, das soll schon schiefgehen, ne? Keine Ahnung Aber wozu kriegt man random hier immer? Da unten rennt Kevin Lange weiter In den Kürbis ist das Menü drin Ja, ja Und dann hat man der Runde Da hinten Unten, Jungs Nee, rechts, rechts, rechts Das ist ja Free Elo Oh, Alter, die sind auf dem Schwein Auf dem Dach Die sind auf dem Schwein Okay, auf dem Dach zu sein ist glaube ich nicht gut, Jungs Nee, die kommen da direkt hoch, Alter Die laufen da, Alter, die laufen da in diese Säge Ja, das meine ich, das meine ich Das Ding meinte ich die ganze Zeit Okay, ne, 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 die können ich auf Lass runter, runter, runter Geht zur Säge, Leute Geht zur Säge Alter, die ist da komplett am rasten, die Schweine What the fuck Ich sehe gar kein Schwein, aber ab und zu kriegt Damage Von hinten, von hinten, von hinten Wie kannst du denn hier kein Schwein sehen? Ich mach den Zaun an Alter, die Zaun Alter, was war das für nächste Säge Ach da fuck Was passiert da in der Mitte? Da kommt irgendwie lila Streifen raus Was ist das? Das war ein ziemliches easy game Alter, was ist das? Also die Lage ist völlig unter Kontrolle Ich dachte so Jo, lass mal genau dieses Spiel programmieren Indem man einfach 400 Millionen schreit Alter, das sieht voll cool aus in der Mitte Wie heißen wir denn sich? Fuck Weißt du, was wer? Ich glaube, man wird random geheilt Ja Okay Geht man auch random neue Muni, Alter? Ja, die... Nee, die musst du auch sammeln Ja, ja, Kürbisse Ja, ich bin grad dabei Alter, man... Man rennt auch einfach wie so ein LSD-Besessener, ey Hey, wie kommen wir in den Kürbissen? Kann man auch irgendwie Munition upgraden oder so? Ich hab das Gefühl, dass die Monetarisierung in diesen Spielen ein bisschen eingeschränkt sein wird Was? Ich glaube, sie hatten so wenig Pixel, die Schweine, dass das nicht als Tötung anhanden Zehn Sekunden, Jungs Hä, was sind das hier für Riesenpumpkins? Ja, die droppen auf jeden Fall Ich glaube, die wachsen mit der Zeit Und umso größer die sind, umso besser der Luft Dann macht die mal nicht kaputt, Jungs Wo seid ihr? Ich seh euch gar nicht Kommen die, kommen die, kommen die Sollen wir rund um die Mitte oder rund um den Häcksler? Häcksler Zwischen Häcksler und Mitte Häcksler ist... Ja Häcksler ist... Ja, was der Name sagt Oh leu Alter Ach du Scheiße Das sind so Skelette Das sind so Skelette Holz rein Aber die geht voll schnell kaputt What the fuck Oh, hier kommt schon eins Ihr könnt ihr einfach mit einem Schuss kaputt machen Die flanken uns, ne? Hinter euch, hinter euch, hinter euch Alter Das sind Zomb... Ich hab keine Chance mehr Ja, das sind Zombies Nehmen wir andere Waffe Du hast doch noch zwei Die stehen wieder auf, glaube ich Hä, what the fuck? Mach der erste Schuss Streufeuer, Junge Ja, aber die, die stehen wieder auf Ja, die stehen echt wieder auf Ja, die stehen echt wieder auf Ja, die stehen echt wieder auf Oh, Moni Ich geh erst rein Ich hab noch nie im Schuss, Leute Okay, da kommen auch wieder normale Die stehen halt echt wieder auf Okay, what? Zum verdammten Ja, es gibt... Wir haben Explosive Ammo Ja, aber wo wählt man die aus? Ja, aber wo wählt man die aus? Ja, wo wählt man die aus? Ich glaub, die ist dann einfach drin, oder? Meinst du? Weil ich find keine Muni Mir fehlt ein bisschen Muni, jo Ja, wie schießt ihr denn die ganze Zeit? Wie schießt ihr die ganze Zeit? Hä, jetzt hab... Ich hab nie Muni Probleme Ja, ich auch nicht, so, deswegen mein ich ja Ich bin mal Null Schuss bei beiden Hey, was geht mit dir? Du hast kein Kopf mehr Kannst du mal bitte auf uns rennen? Ah, die Door ist lockt, okay Oh, der fuck Ich hab noch genug Kürbisse Mach mal Kürbisse kaputt hier Die zweite Waffe hat unendlich Muni anscheinend, by the way Ich hab auch irgendwie jetzt so Kettle Iron Keine Ahnung was Die zweite Waffe hat unendlich Muni Die zweite Waffe hat unendlich Muni, Leute Die zweite Waffe hat unendlich Muni, Leute Okay, die Lage wird besser Cauldron is ready Cauldron is ready Ist das das mittlere Ding? Ist das bestimmt ein Endboss, oder so? Hilfe, Junge, noch ein dickes Schwein Ist bestimmt irgendein Boss Ich bin so ready für den Boss Pass auf, jetzt kommt aus allen Skelettschweinen ein riesiges Alter, nein Das ist mir eh dick, oder? Alter, man, die ich halt Vielleicht kommt einfach der Leech King um die Ecke und beliebt die alle wieder Alter, wenn die alle wiederbelebt werden, separiert Alter, ich werde angerufen bei den Kickern Ah, ich auch Das ist der Sinn Das ist der Sinn Das ist der Sinn Ist in diesem Spiel ein sehr sehr dehnbarer Begriff Yo What is happening, Alter Weiß ich noch, Leute Weiß ich, wo sie es denn da rum? Ich gönne mir nachher erstmal ein richtig dickes Rumsteak, Alter Jo, das ist ihr verdient jetzt Hä, Explosive Amo, das sicherlich passt Das ist das gute alte Schweine Rumsteak Achja, warte Also ich habe so viel Explosive Amo eingepackt, aber ich habe immer noch keine Munition Ah, der Fick ist da Witched Cauldron Burning Acht noch, Acht noch, Alter Use electric fence Ja, wie? Alter, what the fuck Noch sechs, noch sechs, wir haben es geschafft Hier ist noch eins Holy shit, ich will nach Hause und mich duschen, ey Alter, was zum Fick Man fühlt sich schon ein bisschen schmutzig, so, ey Was ist da einer? Alter, guck dich mal oben Ja, easy Alter, die Mote auch Holy fuck Aber auf Ich hab keine Bock mehr Hier, warte mal Firegun, Open Wallet, Escape Ach ne, wer meint Ja, das war ne Bildch, Alter Ähm Kann man in die Schweine auch noch mal wieder rein? Strafe, Sprint, Reload, Interaxe Schon die nächste? Alter, wer? Was? Ich bin hier noch nicht wahr Ich habe keine Amo mehr, Alter Ich auch nicht Ja, dann kommst du weg, Junge Ja, aber ich habe eine Million Amo aufgenommen und hier gibt es mehr Dwight wegen Face Mit T könnt ihr euer Gesicht wieder sauber machen, falls ihr Blut im Gesicht habt Übrigens Okay, aber was ist mit der Explosive Amo? Weil ich nehm mir die ganze Zeit Waff-Munition auf und das hilft nicht Ja, same bei mir auch Ich geh weiter Ich hab auch nicht mehr viel Schuss jetzt Ich hab auch nur noch Explosive Amo Ich kann mal damit den Electric Fans irgendwie erstmal überhaupt benutzen, keine Ahnung Ja, da steht immer Use the Electric Fans, aber ist fast zu fliehen Ich kann ja nur die Oh, das ist halt sehr schlecht Ey, Electric Fans nimmt man Pull the lever to detonate Ey, die sterben One-Shot, by the way Also kein lever to detonate? Sag der, während ich Zimmer auf so'n scheiß Ding schieße Ach du gibt dann hier Ich kik Schaden und ich versteh nicht warum Ja,�o Ich hole euch eigentlich seit diesem Zettel Oh, irgendwer Wtf Ich hab wieder mehr Leben als vorher Ok, ich bin echt low Die rennen alle über mich Die Schwarzen kann ich nicht töten mit meiner Pimmelwaffe Ok, ich bin tot Okay, wir haben die Lage aber immer noch unter Kontrolle, oder ey? Alter, Alter, Alter. You will respawn shortly. Die haben kein Kopfhör und rennen mir trotzdem hinterher. Ich hole dich hoch. Junge, Hanno bist ein Gott. Oh nein! Was? Wo kamen die alle her? Sieben, noch sieben. Ich hab noch zwei, ich hab noch zwei. Johnny lebt noch. Noch zwei, noch zwei. Komm, komm, komm. Johnny. Mach es Johnny. Wo ist er denn? Bei mir, bei mir. Hä, wo? Doch, bei mir, direkt bei mir. Ja, wo bist du denn? Der rennt hier im Kreis. Der rennt hier im Kreis. Ey, leucht. Ich bin direkt bei der Häckselmaschine. Der läuft da die ganze Zeit durch, aber der stirbt nicht. Ab ihn. Oh Gott, ich hatte so Schiss. Alter. Alter. Alter, ich hatte so Angst, Mann. Dieses Game. Nochmal Kontrolls, Key Binds, warte mal. Hier steht auf jeden Fall. Ähm. Was? Ah, das ist weg. Geht schon wieder weiter. Hier lag Krabuni. D2, D3, D4. Das ist wahrscheinlich normal. Mal die Milch und so weiter. Kann man höchst End-Round-Stats? Aber ich krieg halt nichts anderes außer Milch und so. Okay, es gibt auch noch Bullet-Boxen. Ey, ich... Ich hab einfach nur 1 AP und wurde nicht geheilt. Gamecheats. Cheats not allowed. Schade. Jetzt. Bei mir. Ich hab gar keine Muni mehr. Wir müssen die mal in die Mitte locken. Oh ja, hier alle in den Zaun rein. Oh, Junge. Die rennen hier alle. Über das Dach schon wieder. Ey, behaltet immer Milch im Anschlag, Alter. Schnell laufen ist das einzige, was man hier braucht. Ja, das stimmt. Das ist ziemlich okay. Use the electric fence. Ja, das krieg ich auch alle 2 Minuten, aber das hilft nicht. Ich krieg halt Iron oder so, oder was kann ich halt machen? Das ist auch nicht fair. Vielleicht können wir damit irgendwas aktivieren hier. Irgendwie so ein Zauberkessel. Alter, langsam bin ich vor der... Ich aktivier mal den Zaun. Wie kann man den aktivieren? Oh, hier ist ein... Hier in dem einen Haus. Da passiert irgendwas krasses, oder? Alter. Jetzt wird gelötet. Okay, das ist ein Zufall. Oh, what the fuck? Geht die ab? Ich hab... Alter, ich hab... Ich versteh's den Zaun nicht, Alter. Es ist komplett broken dieses Ding in der Mitte. Oh, ich versteh's den richtig ausgassend. Ich find das der beste Vorschlag, den... Ich hab 5 Kills? Das kann doch nicht sein. Wo steht denn das? Cap. Ich hab... Vielleicht nur die Runde. Ja, okay. Total Kills 80. Ich hab... Ich hab auch. 76. Ey, wo sind die... Oh, du Kills 190. Alter. Müsste ich hin. Ah, jetzt gibt's wieder Bullet Boxen. Jetzt hab ich grad ne neue gekriegt. Jetzt hab ich grad ne neue gekriegt. Ja, ja, die blauen sind, glaub ich, Bulle... Ja, aber gerade eben hab ich letztlich keine einzige gekriegt. Die spawnen einfach hin. Ja, die spawnen! Alter! Fuck, Alter! Holy Shit! Okay, ich fehl dich auf. Dauerfeuer, Jungs! Oh mein Gott! Da halt ich voll rein. Die sind einfach in mir gespawnt. Alter, das war alles One-Shot. Der ist mal Stapid, ey! Okay. Ich... Ab und zu springen, ne? Einfach hoch springen, dann seid ihr kurz safe. Springen? Springst du denn über dir oder was? Ja, einfach hoch springen und dann kurz runter gucken, was überhaupt Sache ist. Ach so, mit ner Milch oder was? Ja. Ja, ja. Also... Da kommen mehr, da kommen mehr! Irgendwie mega low schon. Oh fuck! Ich weiß auch nicht, was hier passiert ist. Irgendwie, ich weiß gar nicht, wo die alle sind. Oh Gott, ey! Es ist so viel, was man mit dem Auge erfassen muss! Ja, voll im Blut! Vor allem so wenig Pixeln zu erfassen. Oh Gott! Soda, du hast hoffentlich die Grafik hochgestellt, ne? Ach so, ne. Das wäre eine Option gewesen. Es sieht halt aus wie Scheiße. Ja gut, das ändert sich nicht, aber... Ach so, wie sieht das aus wie Far Cry? Battlefront 2. Bei mir sieht es auch schon wie PUBG. Ja gut, das hören wir auch. Hey, ich hatte doch gar kein DC. Alter, ich werde schon angesprochen vor dem Leben. Alter, was war das, ey? Wo kann ich die jetzt hochstellen? Video? Ne. Wo kann ich das hochstellen? Keine Ahnung, ich könnte das dann aufnehmen. Ja, die Auflösung halt. Also bei mir ist schon voll wild, aber... Ja, aber 1920 x 1080. Settings. New Character's Game. Geil. Bei mir kann ich das bei Settings gar nicht umstellen. Kann ich gar nichts umstellen. Alter, was ist das für ein LS... Was heißt das? Kann man eigentlich wieder in die Halle? Vielleicht ist das... Vielleicht ist das der... Hat das schon mal wer ausprobiert? Vielleicht ist das der Farmer. Ja, aber vielleicht geht die ganze Zeit irgendwas in der Halle. Ich... Alter, ich bin so low HP, Alter. Also in die Halle kommt man nicht. Ja, jetzt sind die... Die großen... Ja, ja. Die sind ruhig, die wachen nichts. Ja, ja, ja. Ja, die sind... Die wollen das spielen, ne? Die chillen hier in der Runde. Eins? Da war eine Eins. Warum war da eine Eins? Okay, eins ist Agro. Irgendwie... Kann es sein, dass die... In der Seite... Alter, what the fuck? Okay, entspann dich doch mal, du fettes Vieh. Die entspannen... Okay, die halten viel aus. Ja, ja, ja. Oh, Leute, ich hab noch nie mehr... Oh mein Gott, direkt vor mir eins! Help me! Oh mein Gott! Kann man den Kessel anmachen? Ah! Ich krieg's nicht an! Nein! Den Kessel anmachen! Da ist es bei der Mitte übel, viele! Und ich bin im Schredder! Alter, wie viele Sch... Hitze ich brauche für so ein Vieh! Oh mein Gott! Kann ich den nicht killen, Alter! Er ist unter mir! Er ist unter mir! Ich bin down! Okay, ich lebe noch, aber... Noch 8 Schuss! Ja, immer mit der... Mit der anderen schießen, ne? Der wird von der Shred vergewaltigt! Oh, ich bin down! Friends, need your help! Ich brauch selber Hilfe! Yoga! Heilige Mutter Theresa, ey! Warum sieht die... Die haben alle keinen Kopf mehr! 26 nach 25, go! Dat haben wir, dat haben wir... Wer lebt noch, wer lebt noch! Ich lebe noch, ich lebe noch! Ich nicht, Ola und Johnny! Ich bin down! Oh, 25! Okay! Trinkt die Mädchen alles! Trinkt die Mädchen! Ah! Alter! Okay, also ich... Ich hab hier... Alter, da haben wir jetzt ungefähr... Ei! Wer ist da auf den Dach? Ich seh's! Alter, hör doch auf! Hör doch auf! What! Johnny! Wie kann ich zugucken? Er mit der Maustaste einmal reinkriegen! Alter, ich darf im Kreis und hat viele hinterher! Wir haben beide zwei Riesengruppen, Alter! Okay, ich hab meine halbwegs down! Ich schieße einfach deine hier! Ne, ne, jetzt kommen die vom Dach zu mir! Achso, ja, das sind meine! Vergiss nicht mehr Milch! Guck auf dein Milch! Milch! Guter Tipp! Guter Tipp! Lass du früher tinkst! Alter! Boah! Okay, ich nimm deine weg! Im Popo kriegen die mehr Schaden, glaube ich! Jola, pass auf! Hinter dir sind auch welche hier! Was? Da kommen gerade richtig viele, Alter! Alter! Was hat Johnny? Ah! Ey, die traben einfach im Kreis! Vergiss nicht deine Milch, Zola! Vergiss nicht deine Milch, Zola! Ey, ich brauch... Wenn ich einmal wieder meine scheiß Waffe vorladen könnte, ne? Aber mit der Piste wird das hier nix! Hier sind... So viel Scheiße! Da liegt noch ein bisschen was rum! Aber Explosive Ammo! Ich weiß halt nicht, wie man die benutzen kann! Ich auch nicht! Davon habe ich auch Pausen auf! Ich glaube, die haben wir eine Pausen! Nein, ich bin gestockt! Wir hätten am Anfang wahrscheinlich die Waffe wechseln sollen! Ich habe jetzt AK genommen, man hätte auch Shotgun nehmen können! Vielleicht ist das so der Unterschied! Oh nein, nein, nein! Nein! Ich habe keine Milch! Ich sterbe! Nein! Das ist der letzte! Das ist der letzte! Das sind noch sieben noch! Jaja, aber bei dir ist das der letzte! Okay, okay, okay! Nimm deine Milch erstmal! Habe ich schon, habe ich! Habe ich schon, habe ich! Okay, ich komme, aber... Nee, ich komme nicht! Dora, versuch mal alles! 1 gegen 7! Oh, ich habe die Waffe! Ich habe die Waffe! Johnny! Johnny, sie kommt! Sie kommt! Du musst da weg! Enttäuschst dich, Johnny! Warte, was ist das denn für eine Waffe? Schluss gehabt, Alter! Was ist das? Was ist das für eine Waffe? Easy! Was ist das denn für eine Waffe? Oh, Alter! Ich kann nicht mehr! Der war zu viel! Ein öffentlicher Zusammenbruch! Also 6 Stunden so die Q ist ein Witz dagegen! Das ist noch auf normal, ne? Lebt noch einer? Oh, Alter, habe ich mich erschrocken, gell? Ohhhh... Ich bin wirklich keine Waffe in der Uni mehr für meine Scheiße! Dieses Kettel-Iron verstehe ich auch noch an! Rennt jetzt über die Komplettung und spammt einfach X! Jaaa... Pull... 5, 4... Jetzt wieder in die Mitte, Jungs! Oh, Scheiße! Stimmt! Das wird nicht gut enden! Ich aktiviere den Zaun! YOLO! Das geht nicht! Wie aktiviert man den denn? Keine Ahnung, wo sind die Gegner? Pull lever to detonate, Schitter! Da, da, da! Die sind... Die sind diesmal... Nicht überall! Ich sehe nichts! Ich sehe voll weniger! Pull lever to detonate! Ja, das sind nur 49! Das heißt, die werden tanky! Ja, aber die... Ja genau, die halten ein bisschen mehr aus! Naja, das sieht bis jetzt easy aus! Ja, irgendwie immer bis die richtig aggro werden! Dann halten die mal mehr aus, irgendwie! Okay, wo seid ihr denn hier? Ich bin ziemlich tanky, you boys! Also bis jetzt musste ich noch nicht mal die richtige Waffe benutzen! Fucking schweinig! Versucht immer nur die 2 Waffe zu benutzen, bis ihr wirklich in Trouble seid! Ich hab eigentlich schon mal ne Main Waffe! Dein 30 Rücken! Äh... Jetzt ist die Spot-Ready das Game! True! Der hat auf jeden Fall schon den... Oh mein Gott! Vor allem schallgedämpfte Pistole gegen sowas, Mann! Du! Die soll ich ja nicht schüren! Gibt das bis Wave 666? Ich weiß es nicht! Das ist der 666. Tag gerade! Ich glaube, es gibt sogar die erste Verrecken! Nein, nein! Das ist irgendwie der Modus! Keine Ahnung! Wahrscheinlich ist es halt so der Tag der Abrechnung! Ach, der saugt hier alles in den Häcksler und dann? Dann kommt die Fleischwurst raus! Ah ne, da kommt die Muni raus! Also ich hab jetzt wieder richtig viel Muni! Ich auch! Gar nicht! Ich glaub das war jetzt so ne Auf... Das war ja auch richtig easy die Runde! Das war so ne... So ne easy... Aufwärm-Runde! Keine Ahnung! Jetzt hab ich Loil! Jetzt hab ich endlich welche gefunden! Hier ist der! Wie drückt man... Wie drückt man den Knopf? X! Aber wie krieg ich's denn los? Okay, was ist jetzt los? Ach so, wenn irgendwas ready ist, ist das wahrscheinlich der Zaun oder so! Aber guck mal hier oben! Hier oben sind die verschiedene Knöpfe! Man kann auswählen was am Ende rauskommt von den Schweinen! Hä? Hä? Wo? Guck mal her! Guck mal her! Oh ne gleich! Guck mal nicht her! Aber bei dem Hexler! Bei dem Hexler kann man auswählen was rauskommt! Ich hab jetzt mal Pillen ausgewählt! Vielleicht ist das so Leben! Ja die drehende Runde bist du wahrscheinlich komplett aggro wert! Ja bis dahin hab ich hier komplett durchgemeldet! Guck mal kurz zum Hexler! Guck mal kurz zum Hexler! Nein Junge! Hier ist jetzt grad ne! Ihr habt Zeit! Das habt euch mal nicht so! Nein! Ich hab keine Zeit! Ich hab auch keine Zeit! Ich hab mich komplett geflankt! Ich hab mich komplett geflankt! Hier ein Hexler gerade oder? Wir müssen hier den Hexler locken! Guck mal jetzt! Das lädt sich jetzt auf! Ja aber was kriegen wir davon? Ich hab jetzt grad auf Pillen gedrückt! Keine Ahnung! Ah da noch 140! Ja Muni vielleicht! Soll ich mal Muni drücken? Ne ich will mal Pillen probieren! Wir brauchen Muni und der will unbedingt seine Pillen testen ne? Da kann man seine Muni geben! Alter Scheiße! Hab ich grad kassiert! Muni gibt's da nicht! Außerdem hab ich 500! Ihr seid mir doch egal! 500? Ich hab sie gar nicht! Ja muss mal ein bisschen rennen mein Lieber! Use the electric fans! Also jetzt müsst ihr da wieder aktiv sein! Captain! Mach mal! Okay! Ah da ist jetzt irgendwas rausgekommen! Ich geh zum Haus! Und Abfahrt! Irgendwas hab ich jetzt gekriegt! Ah ich hab jetzt was gekriegt! Los geht's! Bounce back! Use bounce back when bleeding out! Ah! Ich hab jetzt Revived! Ich kann mich jetzt einmal wiederbeleben! Oh ich bin tot! Kann mich einer retten? Ja! Okay! Jetzt komm mal kurz zu dem Häcksler! Guck mal kurz zu dem Häcksler! Okay! 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 So hier! Seht ihr? Ich kann jetzt hier zum Beispiel da rauf schießen! Dann ist das das oder das oder das! Ja, ich glaub der droppt das! Der verarbeitet auch die ganze Zeit das Fleisch! Nee! Guck mal! Ich kann jetzt zum Beispiel hier! Nanate! Das ist das ist so wiederbeleben! Hebt das mal auf! Hebt das mal auf! Hebt das mal auf dem Boden! Ich hab jetzt auf dem Boden! eine Kilch rein, glaube ich. Oh, ich habe 500.000 probiert. Ja, stimmt, das würde Sinn machen. Das ist ja geil. Alter, da hatte ich gerade richtig schön. Das ist ja geil. Ich habe die einfach nach 200 Runden erkannt. Wie lange wollen wir eigentlich noch aufnehmen? Keine Ahnung, ich bin versterbt. Wir sind jetzt seit 27 Minuten. Ja, wollen wir hier kurz Schluss machen und die neue? Ich habe Schweine schlacken. Ich würde sagen, hier machen, pausieren wir. Okay. Und Montag geht es weiter. Alles klar. Ja, mit der Runde jetzt. Yo, tschüss. Schnell, schau mal.